Die Bibel sagt in 2. Mose, Kapitel 28, Vers 42 Also den Priestern sollten leinende Hosen gemacht werden, um das Fleisch der Blöße, also um ihre Nacktheit zu bedecken. Von den Hüften bis an die Schenkel sollen sie reichen. Das ist ein Vers, den Deutschland dringend benötigt, ein Land, das keinen Anstand mehr kennt, das gar nicht mehr weiß, was Nacktheit überhaupt bedeutet, ein Land, in dem es FKK-Strände gibt. Aber bevor ich auf FKK-Strände eingehe, lass mich dir erstmal eine biblische Definition geben, was Nacktheit überhaupt bedeutet. Denn es bedeutet was anderes, als was es heutzutage in dieser verkorksten Gesellschaft bedeutet. Wie wir schon gesehen haben, will Gott, dass die Hosen das Fleisch der Blöße bedecken. Und es heißt, von den Hüften bis an die Schenkel sollen sie reichen. Aber allein dieser Vers ist nicht so eindeutig zu verstehen. Wenn wir jetzt aber Geistliches geistlich erklären, ja, wir sollen die Bibel geistlich erklären, nicht weltlich erklären. Die Bibel sagt, dass wir Geistliches geistlich erklären, also wenn wir die Bibel erklären, dann müssen wir die Bibel mit der Bibel erklären. Und die Bibel sagt in Jesaja Kapitel 47, Vers 1-3, Also was ist jetzt genau das Fleisch der Blöße? Wir haben gelesen in 2. Mose 28, Vers 42, dass die Hosen von den Hüften bis an die Schenkel reichen sollen. Aber wie weit genau sollen die Hosen jetzt reichen? Das finden wir heraus in Jesaja 47, Vers 2, wo es dann heißt, Also was ist Blöße? Was ist Nacktheit? Laut der Bibel, laut Gott selbst. Es ist, wenn die Schenkel entblößt werden. Deine Blöße soll enthüllt und deine Schande gesehen werden. Entblößte Schenkel sind Nacktheit. Entblößte Schenkel sind Schande. Nacktheit ist Schande. Wir sollten uns schämen darüber, was heutzutage leider nicht mehr der Fall ist. Also was ist gemeint, wenn die Bibel sagt, von den Hüften bis an die Schenkel sollen sie reichen? Das bedeutet, dass die Schenkel bedeckt sein sollen. Das Gegenteil davon wären eben entblößte Schenkel und da sagt Gott, deine Blöße soll enthüllt und deine Schande gesehen werden. Entblößte Schenkel sind Nacktheit. Hosen sollten bis an die Knie somit reichen. Und wenn Hosen nicht bis an die Knie reichen, dann ist das schon Nacktheit. Du könntest doch sagen, ja, aber sie hat doch was an. Ja, aber es ist trotzdem Nacktheit, wenn die Schenkel nicht bedeckt sind. Das ist eine biblische Definition. Ich habe dir eindeutig biblisch gezeigt, was Nacktheit heißt. Es fängt schon an bei entblößten Schenkeln.